Grüß Gott miteinander, heute mal auf Schwäbisch. Gürsch habe ich ja Kumis vorgestellt, das war vergorene Studermilch, das kasachische Nationalgetränk. Das Ganze kaufen wir noch toben, und zwar mit Schubat. Schubat ist das gleiche, bloß mit Kamelmilch. In Kasachstan hat es einen hohen Kamel, und zwar es gibt welche mit Eumhöcker, also Tromedare, und welche mit zwei Trampettiere, beziehungsweise Kamel. Und die waren dann auch gezüchtet, wegen Wolle und Milch. Und aus der Milch macht man, wie gesagt, auch so ein vergorenes Getränk, mit wenig Alkohol. Das wird da auch getrunken. Oh, das ist schon ein bisschen dicker, wie der Kumis, das ist ja ein ganz brechiges Getränk. Nein, Herrschaftsteiler. Das lange mal unschaumt. So, genau, und das probiere ich jetzt da mal. Schubat. Bin gespannt. Da riecht der Augfil an, noch schön wie das Kumis, muss ich sagen. Aber schmeckt ein bisschen intensiver. Also mit etwas Alzig. Prickelnd. Hey, nein. Hat auch so. Aber ist auch echt ein kameliger Nauchgeschmack, muss ich sagen. Aber besser als Kumis, muss ich sagen. Doch, doch, muss ich sagen. Doch, das ist besser als Kumis, schmeckt mir besser. Schubat. Ah, das ist eigentlich echt zum Empfehlen. Kamelmilch ist anscheinend sehr gesund. Muss viel mehr Vitamine haben als Kuhmilch. Und ist deswegen schon da her zum Empfehlen. Aber, naja, auch wenn es jetzt besser schmeckt, wie es Kumis, trinke ich lieber ein Most in Oberwälde, im Lamm. Und esse da ein Nachstattgast dazu. Doch, das werden wir doch lieber. Ja, also der heißige Steppenmost kostet ungefähr 600 TNG, circa 1,50 Euro. Ähm, ja, aber da waschen wir doch lieber. Deswegen, Ochtungkolben, Nauch zu trinken, morgen müssen wir Wasser trinken, übermorgen, Schubat, Lert.